moin moin meine lieben bekloppten tomaten keine ahnung wo ihr hier zu nennen willkommen zu meinem kanal ich bin ein mecku heißt euch als gastgeber wie immer willkommen und wir spielen heute edna bricht aus wir sind auch in der dritten folge und ich muss noch mal zu petra gehen denn ich habe vergessen wir müssen auch die ihr klauen ich will nicht gleich alles nehmen mitnehmen wie war das noch mal die waren es so jetzt lassen wir überlegen wir müssen mit petra reden wir waren das jetzt noch mal wir haben das angeguckt ich habe in der kommandozeile waffeleisen gelesen weiß und flach das muss papier sein das ist alles krimskrams aus der beschäftigungstherapie es ist verlockend aber genau das macht das kunstwerk aus je mehr ich mich darüber ärgere dass ich diese kunst zu sehr zu schätzen weiß als dass ich den schlüssel entwenden würde desto genialer wird das werk und desto weniger kann ich den schlüssel nehmen und umso mehr ärgere ich mich so ich habe da was für dich das bringt ich gleich wieder auf die beine bezweifle ich oder auf die toilette barmann ein drink bitte aber natürlich was soll es denn sein ein grog bitte was ist passiert lustige geschichte so ein typ hatte herausgefunden dass sich das zeug durch metall fraß er hat es benutzt um das schloss am gitter vorne zu zerschmelzen das klingt nach einem verwegenen abenteuer ja netter kerl eigentlich hatte natürlich eine vollmeise wie alle hier wollte pirat werden oder so schade um ihn wieso ist er nicht entkommen leider nein dr marcel brach ihm beide schienbeine dann hat er in einer zelle gesperrt bis er dort elendig verhungert ist oh na Freunde von wem war die rede geil brach ich meine freunde geil brach es gibt nur eine auswahl stinkdrink oh man der barmann hat die schlimmste sauklaue seit bruce lee bruce lee hatte die tiger kralle kein wunder dass er nicht leserlich schreiben konnte barmann einen drink bitte aber natürlich was soll es denn sein einen stinkdrink bitte ein stinkdrink kommt sofort wie nett sogar mit strohhalm nur was riecht hier so komisch ist jemand gestorben ein kaputter kickertisch jetzt verstehe ich warum die irren das hier für eine bar halten ähm natürlich musste man gerade eben was lesen so jetzt müssen wir doch erst den becher hier rein tun und dann die münster darf ein tun den nehmen wir jetzt mit spieler der sitzt für den bienenmann ich will einen löffel mitnehmen war da nicht irgendwie was hey fasst das ja nicht an das ist der einzige löffel den ich im ganzen haus auftreiben konnte du bist kein löffel du bist eine schnöde schaufel das soll ein löffel sein warte mal lieber nicht ich mag meine fingerkuppen da wo sie sind wenn ich da umrühre setze ich wie war das denn noch irgendwas musste ich damit machen ich bin mir aber auch nicht mehr sicher ich habe dir einen kaffee gebracht sehr aufmerksam ich zeige が noite aufmerksam ich habe immer nicht mehr ich werde ich zu Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Ohrenschmalz, wachsig und bernsteinfarben. Das klappt so nicht. Ich muss verrückt sein. Geht es dir gut? Etna, sag doch was. Die Rothäute haben das vorumzingelt, Körnel. Oh, Gott sei Dank. Alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Er ist durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkbring sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Diese Fliege ist bereits auf der anderen Seite. Wie geht es dir jetzt weiter? Hallo, kleiner Freund. Wie ist es da drüben? Dieses Glas erinnert mich an die schlimmsten 10 Sekunden meines Lebens. Zumindest soweit ich mich erinnern kann. Also wir haben jetzt immer noch nicht die Karte. Wo ist der Doktor denn nochmal? Auf der anderen Seite. Bernsteinfarben, das sagt mir doch was. Ah, ich weiß es wieder. Oh, ist das zu fossen? DENO-Dioness in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine DENO-Zuchtprogramme benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Hm, das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein mehnen. Kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Deal. Sehr schön. Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Kleiderbügel Nummer 3. Und der Dings hat Kleiderbügel Nummer. Welche Nummer hatte der? Sollen wir mal gucken, lieben? Hey, Alu. Steht keine Nummer. Was fühlt dich diesmal zu mir? Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön. Das ist ein gültiger Fahrschein. Aber du bist noch nicht an der Reihe. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3. Dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch ein Heise. Das System ert niemals. Wer hatte denn die Nummer 1? Der hat gesagt, der Doktor, der Fuzzi Aluhutman. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat der Mantel, er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäsche-Lift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Der eine wohnt da drin, okay. Ja, 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 ja. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Ich beachte ihn gar nicht. Ich schrei ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ah! Ich gehe dann mal wieder. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Ich muss mal ganz kurz eine Nachricht abhören. Tut mir leid, Sekunde. So, vielen Dank für die kurze Wartezeit. Äh, war schließlich nicht so wichtig. Ich mach mir das aber hier nochmal auf. So. Damit, wenn sie nochmal schreibt, Ich das geregelt kriege, ich muss jetzt nochmal mit ihm sprechen. Ich glaub da auch, ich hätte das wohl schon irgendwie machen können. Bin mir nicht sicher. Ich muss langsam mal weiter passen. Pass. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha. Und jetzt willst du tauschen? Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke. Du bist ein älter Freund. Wir haben Nummer zwei. So. Bitteschön. Meister. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen. Sehr schön. Du darfst passieren. Hallo da drüben. Oh. Eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name? Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel. Verstehe. Ich doch. Du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Na ja. Es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Ihr Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Sieh schon. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt drei Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat mal einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wa? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Mh-hm. Ich trage doch schon Wäsche. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Drückt mal den Lichtschalter entner. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Ah. Hier sind wir jetzt. Ach guck mal, hier war der Typ vorhin. Hallo Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich an... Warten wir schon. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäschelift-System. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen für den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Wie komme ich an Gold? Hm, knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man da rankäme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz. Und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluchsen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbächern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lähmigen Erdschicht errichtet wurde. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Okay. Glaube ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Nö. Obwohl, man kann ja hier... Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben. Schließt sich in seinem Geheimzimmer ein. Und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Okay. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Äh, Edna. Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Fordere Edna nicht heraus, mein Freund. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer... Ein Becken, wie es im Badesteht. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Mein Sohn schickt mir komische Giftbilder. Ich erinnere mich. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Und nochmals hallo. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erwartet. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Alter. Kennt ihr die... Ich nenne ihn jetzt mal die Lauchstange von den Muppets. Dieser Mimimi. Der sieht genauso aus. Was sitzt ihr hier an? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Ha. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier... Hat als einziges ein Laken. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu wahr. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Ihr war schon immer ein wenig verrückt. Sekunde, ich muss mal kurz antworten, ja? Hallöchen. Willkommen zurück. Äh, es sind jetzt dazwischen gerade irgendwie drei, vier Stunden vergangen. Tut mir leid. Ding nicht anders. Ja, wir machen weiter. Ja, na? Bis später. So, wir müssen die auseinanderschneiden. Profi. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Profi. Profi-Chirurg. Und die Decke brauchen wir. Ja? Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein. Man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie es hin. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Und jetzt müssen wir nämlich gehen. Da guckt er mal so böse. Jetzt müssen wir nochmal da rein. Aber falsch. Und wir müssen jetzt nochmal da rein. Ja, jetzt sind die nämlich weg. Und jetzt können wir die Chips drauf verbröseln. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Und jetzt landet das Bettlaken in der Wäscherei. Und los geht's. Hallo, da drüben. Oh, eine neue. Kommt nicht langsam mal der Nächste. Tja, wir sind fast die Zeit lang. Da kommt der schon. Jetzt können wir nämlich hier runterspringen. Ich habe nicht doppelt Klick gemacht. Eigentlich sieht man, wie sie so runterfällt. Vorher ging das nämlich nicht. Dann wäre sie weitergefahren. Und das geht jetzt, weil wir den Laken da hingetan haben. Durch die Chips. Etwas. Nein, ich will vielleicht nochmal Wäschelift fahren. Oh ja, und dann Autoscooter. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Sonst sagt man jetzt gar nichts mehr. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa. Dann lass uns doch mal hier anfangen. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Eine Ansichtskarte aus Blatt-Wakistan. Sieh nur! Der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzehen entwertet. Die ist nicht an mich adressiert. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln, ist so herrlich verboten. Also, dessen Krankengeschichte gucke ich mir an. Ach so. Okay. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Möchte ich hier wieder reinschauen? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier? Eine rote Katze. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Droggelbecher. Erstes Haustier? Ein grüner Hund. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Wenn ihr euch wundert, warum ich immer hier rüber gucke. Ich habe gerade hier WhatsApp offen. Und lese gerade nebenbei die Nachrichten. Wir haben so eine Halloween-Gruppe. Wir machen so eine Halloween-Party. Und da schreiben wir gerade relativ viele rein. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ich hoffe, ihr habt euch so ein bisschen die Informationen, die wir jetzt bekommen haben, gemerkt. Ich weiß es noch leider... Was heißt leider? Ich weiß es noch so relativ. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Das ist unser Ofen, wo wir das brennen können nachher. Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Hallo? Jemand zu Hause? Huch? Ja? Was gibt es? Wer bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez, die Mubelflub. Oder die Leute nennen mich meistens allmächtige Herrser. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist... Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abküssung? Es steht für ein Dorftrottel namens Almilio. Kopiere ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wohin sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestossen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Wir brauchen die Schippe. Hast du wenig einen Löffel dabei, oder? Nein, leider nicht. Ich könnte hier eine Gabel geben. Oh, die ist unsichtbar. Jetzt seht ihr ihn? Jetzt ist er weg. Nee. Wir brauchen einen Löffel. Wir brauchen einen Löffel, Bruno. Ich weiß, wo die Schippe ist. Man kann da wohl, glaube ich, weiter. Ja. Da ist ein Schloss dran. Ich hasse diese Dinger. Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Nur zur Sicherheit. Wusste ich's doch. Die Schaumkelle, die kannst du auch nehmen. Da kann man auch ein bisschen auf jeden Fall. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Na nun? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Die hat er alle genommen. Ein wenig sperrig. Meinst du nicht auch? Nur ein bisschen. Nicht so viel mehr als der eine von gerade. Die müssen noch mit, glaube ich. Den Speiseplan muss man noch angucken. Heute ist wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Heute ist wünsch... Und aber noch... Heute ist... Und aber... Ich glaube, was versucht. Ich glaube, was versucht. Oh ja. Der beste, der größte, der Patron aller Besserwisser. Der große Deuter Jung. Uhu, ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Danke, Sigi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleicht die, sonst gebt ihr, Sigi, paar Wortschen hinter die Gorschen. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Buh! Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz kaputten hin. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, die hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen, zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja, doch. Pah, wer braucht die schon? So, ich glaube zu wissen. Warte mal. Nee. Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Oh oh, da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal. Stör mich nicht, okay? Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Wir fahren da nochmal. Da haben nicht irgendwie... Blum, blum. Blum, blum. Hm, leer. Hm, leer. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Hm, erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aus... Aber ich soll meinen Posten nie verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Geh doch einfach, ich pass so lange auf. Hey, das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. Wow, das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Ich geb auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Was guckst du da? Ich gucke dem Bekloppten zu. Eigentlich seh ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ah, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird, wenn man zu lange auf diese Monitore starrt. Beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Oh, alle bis auf eine, ja. Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich bin nicht der Neuen. Tja, und wer bist du dann? Schon mal was von Thor? Äh, äh. Na gut, Thor. Da kannst du ja auch einen blitzartigen Abgang machen, nicht wahr? So, wir müssen jetzt irgendwie, glaube ich, Wasser besorgen. Da ist ein anderes Vorrat durchsifter Papierbecher drin. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Ja, wir haben echt viel im Inventar. Ähm, wir machen jetzt aber hier einen kleinen Cut. Ihr kennt das Ganze. Lasst wie immer ein Däumchen da. Kommentieren, abonnieren, nicht vergessen. Äh, ich erzack, lasst ein bisschen lieber da. Und, äh, hier, ne? Ne, hier, äh, warum sind die Tasten andersrum? Da lang? Da müsst ihr drauf drücken. Okay, haut rein. Bis zum nächsten Mal.